Neben dem neuen Future Stars Team kam natürlich auch wieder eine neue Aufgabe raus und zwar zu einer echt starken Premier League Karte und das ist auch wieder eine Aufgabe, die du immer weiterentwickeln kannst. Wie immer kommen wir zunächst zur Aufgabe und danach zu der Karte. Insgesamt hast du für diese Aufgabe noch knapp einen Monat Zeit. Kommen wir zum Modus und hier ist leider das dicke Minus, denn man kann diese Aufgabe leider weder mit den bisherigen Aufgaben kombinieren, noch mit irgendwelchen anderen. Denn es gibt hier einen eigenen Modus, nämlich den Online-Freundschafts-Stream-Modus Jugendexzellenz. Hier gibt es ein paar Bedingungen, die sind aber eigentlich kein Problem. Du darfst nur maximal einen Leihspieler verwenden, brauchst mindestens drei verschiedene Nationen, was aber echt easy ist und du brauchst immer mindestens einen Engländer Startelf, was du hier aber mit Ramsey eh brauchst. Wichtig noch, das ist ein Max-Chemacy-Modus, das heißt egal wie viel Chemie deine Spieler haben, in-game haben sie dann die volle Chemie. Hier ist also auch egal, auf welcher Position sie sind. Gehen wir die Aufgaben mal durch. Um überhaupt die erste 82er-Karte zu bekommen, musst du eben in diesem Modus vier Tore mit Engländern erzielen. Du brauchst ja hier von eh immer einen im Team, mach am besten gleich mehrere in deiner Offensive und du kannst diese Tore theoretisch auch in einem Spiel schaffen. Wenn du die 82er-Vision hast, stellst du die dann in deine Startelf und hast hier zwei neue Aufgaben. Zum einen musst du dann sieben Partien mit dieser Karte zocken, also in der Startelf, das ist natürlich etwas ätzend, weil du hier nichts mit anderen Aufgaben kombinieren kannst. Während diesen Spielen musst du mit dieser Version insgesamt vier Tore vorbereiten, stell sie also ruhig vielleicht ein bisschen weiter nach vorne, zum Beispiel auf die 10. So bekommst du aber relativ einfach die 84er-Version mit zwei neuen Aufgaben. Diese Version brauchst du dann zehn Spiele lang in deiner Startelf. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und dann musst du noch vier Tore per angeschütteten Schuss erzielen und zwar mit Premier League-Spielern. Das kann Ramsey sein, muss es aber nicht. Stell also am besten noch weitere Premier League-Spieler, also Spieler der englischen Liga, in deine Startelf. Einen angeschütteten Schuss machst du übrigens mit der Schultertaste R1. In unserem Video, in der Infokarte erklären wir das aber nochmal ganz genau. Dann hast du schon mal den 86er und der sieht echt nicht schlecht aus. Hier gibt es dann nochmal drei neue Aufgaben. Du brauchst diese Version zwölf Partien lang in deiner Startelf. Bei vier Siegen, die man ja locker in den Spielen sammelt, musst du mit dieser Karte je ein Tor vorbereiten. Stell also auch diese Version am besten offensiv zum Beispiel auf die Zehen. Das sollte aber trotzdem eigentlich easy klappen. Dann brauchst du insgesamt noch acht Tore mit englischen Mittelfeldspielern. Das ist ja zum einen schon mal Ramsey selbst. Stell aber am besten noch weitere englische Mittelfeldspieler auf. Hierzu gehört ZDM, ZM, ZOM, LM und RM. Insgesamt musst du dann auch noch 20 Spiele mit Ramsey machen. Das machst du ja aber eh über die verschiedenen Aufgaben. Insgesamt musst du hier also viel zocken und kannst das nicht mit anderen Aufgaben kombinieren, was schon etwas nervig ist. Allerdings sind die Aufgaben jetzt auch nicht so schwer. Die 86er Karte sieht an sich solide aus, aber die 88er Karte sieht schon recht stark aus. Leider hat der nur drei Stände Skates. Dafür vier Stände Rickford, kann ZM, ZDM, RM und ZOM spielen. Nice ist halt hier vor allem die Linkbarkeit. Als Engländer aus der Premier League geht das echt gut. Für den 8er hat er ein gutes Tempo, der Schuss ist in Ordnung, die Paste jetzt sehen auch nicht schlecht aus. Dann kann er für die Position relativ gut dribbeln, die Defense ist in Ordnung und er hat auch noch eine passable Physis. Die Karte ist echt nicht schlecht, hätte aber auch noch ein bisschen besser sein können, wenn man hier echt viele Spiele machen muss. Nimmst du die Karte mit? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns jetzt noch über ein Like und ein Abo und sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.